mentale stärke ist wie bei allen sportarten auch beim peton äußerst wichtig wie kannst du deine mentale stärke verbessern du kannst es in drei schritten tun vor dem wettbewerb während des wettbewerbs und nach dem wettbewerb also vor dem wettbewerb was kann ich konkret tun um meine mentale verfassung zu verbessern vor allem solltest du während des trainings unter den gleichen bedingungen spielen wie am turniertag zusätzlich macht es sinn mit etwas sport deine fitness zu steigern das ist nie verkehrt während des wettbewerbs hast du dann drei werkzeuge zur verfügung konzentration vorstellungskraft und atemtechnik und abschließend nach dem wettbewerb mache ich eine selbstanalyse der positiven und negativen aspekte meines spiels material für meine nächste trainingssitzung zu haben auf diese art komme ich in einen regelkreis um eine mentale verfassung zu verbessern egal was passiert bleibt mental oben auf auf geht's zur nächsten runde